Nehmen wir an, du bist arbeitsunfähig, krank und dir geht es wirklich nicht gut. Du bittest einen Kollegen, dich beim Chef zu entschuldigen und krank zu melden. Doch jetzt sollst du dafür eine Abmahnung erhalten. Wieso das denn? Ist eine solche Abmahnung wirklich rechtens? Die Antwort gibt's nach dem Intro. Hallo, ich bin Lars Ullmann, Rechtsanwalt und Partner der Zwickauer Fachanwaltskanzlei EMC. Und wenn ihr Bock auf Rechtsthemen habt, dann lohnt sich hier ein Abo. Auf jeden Fall. Denn mit drei Videos pro Woche seid ihr hier, immer auf dem aktuellen Stand. Nun zum Fall. Ein Arbeiter hatte einen Arbeitsunfall und entschied sich direkt, einen Arzt aufzusuchen, ohne seinen Vorgesetzten über seine Arbeitsunfähigkeit zu unterrichten. Stattdessen bat er einen Kollegen, dies zu übernehmen und verließ den Arbeitsplatz. Der Kollege überbrachte die Nachricht wie vereinbart. Der Arbeitgeber erteilte dem Mitarbeiter eine Abmahnung mit der Begründung, dass der Mitarbeiter sich nicht persönlich krank gemeldet habe, wozu er verpflichtet sei. Der Mitarbeiter klagte gegen die Abmahnung. Es gäbe keine Verpflichtung, sich persönlich krank zu melden, so seine Argumentation. Und unser Mitarbeiter sollte Recht behalten. In § 5 des Entgeltfortzahlungsgesetzes wird die Verpflichtung der Arbeitnehmer festgelegt, ihren Arbeitgeber unverzüglich über ihre Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer zu unterrichten. Unverzüglich bedeutet ohne schuldhaftes Zögern und in der Regel direkt am ersten Tag der Erkrankung oder spätestens zu Arbeitsbeginn. Eine schriftliche Benachrichtigung per Post wäre beispielsweise dann unter Umständen nicht mehr als unverzüglich anzusehen. Stattdessen muss eine Übermittlungsmethode gewählt werden, die den Arbeitgeber unverzüglich erreicht, wie beispielsweise eine telefonische Krankenmeldung oder eine Abmeldung per E-Mail oder WhatsApp. Obwohl eine persönliche Meldung aus Gründen der guten Zusammenarbeit empfohlen wird, ist dies rein rechtlich jedoch nicht notwendig. Eine Krankenmeldung kann ebenso gut durch einen Boten wie einen Familienangehörigen oder aber eben auch einen Kollegen, wie es hier der Fall war, erfolgen. Folglich liegt keine Verletzung der arbeitsvertraglichen Pflicht vor, die zu einer Abmahnung führen könnte. Der Arbeitgeber hat folglich den Rechtsstreit verloren und muss die Abmahnung aus der Personalakte entfernen. Wenn ein Mitarbeiter sich durch einen Boten krankmeldet, trägt er das Risiko dafür, dass die Meldung unverzüglich und auch korrekt übermittelt wird. Denn die Tatsache, dass der Kollege Kenntnis von der Erkrankung hat, reicht allein nicht aus. Ein Kollege kann nicht, anders als ein Vorgesetzter, ein Arbeitgeber im Sinne des Gesetzes betrachtet werden, bei dem die Krankenmeldung erfolgen muss. Wenn der Kollege also nicht oder zu spät meldet, kann es in bestimmten Fällen durchaus gerechtfertigt sein, dem Mitarbeiter eine Abmahnung zu erteilen. Es ist daher ratsam, die Krankmeldung persönlich vorzunehmen, um sicherzustellen, dass sie unverzüglich und auch korrekt erfolgt. Fazit. Das Urteil des Arbeitsgerichts Ämten sagt, dass eine Krankmeldung nicht zwingend beim Vorgesetzten persönlich erfolgen muss, sondern auch durch einen Boten übermittelt werden kann. Du kannst also keine Abmahnung erhalten, wenn die Krankmeldung nicht durch dich persönlich erfolgt. Wichtig ist aber, dass die von dir beauftragte Person zuverlässig ist. Erreicht den Arbeitgeber die Krankmeldung nicht unverzüglich, dann kann dennoch eine Abmahnung drohen. Hat euch der Beitrag gefallen, dann lasst doch gern ein Like für dieses Video da. Um keine neuen Videos mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Weitere spannende Videos zu Rechtsthemen findet ihr hier. Bleibt rechtssicher im Netz. Bis zum nächsten Video dann. Tschüss. Bis bald.